Hi Leute, wie geht's euch? Wollt ihr ein Spiel spielen und dabei die Zahlen mit mir lernen? Sehr gut, dann lasst uns loslegen! Okay, dort stehen fünf rote Hütchen und fünf blaue Hütchen liegen auf dem Boden. Wheelifant, du musst die roten Hütchen umwerfen und Billdozer, du musst die blauen Hütchen aufstellen. Torch, hol dir die Pfeife! Okay, Wheelifant, wenn ich los sage, wirf so viele rote Hütchen um, wie du kannst. Und Billdozer, wenn ich los sage, hebe so viele blaue Hütchen auf, wie du kannst. Und wenn Torch in seine Pfeife bläst, müsst ihr beide stoppen. Okay, auf die Plätze, fertig, los! Stopp! Lasst uns die Hütchen zählen. Wie viele Hütchen hast du, Wheelifant? Eins Zwei Sehr gut, Wheelifant! Zwei rote Hütchen Jetzt bist du dran, Billdozer! Eins Zwei Und drei Drei blaue Hütchen Zwei rote Hütchen Und drei blaue Hütchen Das macht fünf Hütchen! Sehr gut, ihr drei! Ihr habt heute viele Zahlen gelernt! Bis bald, meine Freunde! Bis bald, meine Freunde! Hier kommt ein Basketball! Wow, gut gefangen! Kannst du ihn in den Korb werfen? Sehr gut, Truckadile! Jetzt weißt du, wie man Basketball spielt! Wer will einen anderen Sport spielen? Ja, Frisbee ist auch ein Sport, Krusty! Kannst du die Frisbee zu Miegel werfen? Wow, sehr gut, Leute! Jetzt wisst ihr, wie man Frisbee spielt! Welchen Sport können wir jetzt ausprobieren? Bowling! Auf geht's! Okay, Wheelifant! Roll die Bowlingkugel mit deiner Schaufel! Sehr gut, Wheelifant! Du hast alle Bowling-Fins umgeworfen! Der Sport, den wir gerade gelernt haben, ist Bowling! Was kommt jetzt? Fußball! Das ist ein anderer Sport! Mal sehen, wer den Fußball ins Tor schießen kann! Sehr gut, Demo-Lizard! Du hast gerade den Fußball ins Tor geschossen! Der Sport, den wir gerade gelernt haben, ist Fußball! Wir haben heute viele Sportarten gespielt! Bis bald, meine Freunde! Bis bald, meine Freunde! Bis bald, meine Freunde!